Liebe Stadtwerkerinnen und Stadtwerker, wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wieder ist viel in der Welt passiert. Ebenso bei der ASEF. Ein besonderer Meilenstein war die Arbeit unserer beiden Projektgruppen zur doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Insgesamt 60 Stadtwerke unterstützen wir damit bei der Umsetzung der CSRD. Unsere Stadtwerke-Initiative Klimaschutz zählt mittlerweile 80 Unternehmen, die sich für eine klimafreundlichere Zukunft engagieren. Für Fokusthemen wie Wärmewende und dynamische Tarife haben wir unser Angebot deutlich erweitern können. Ebenso waren wir in den Bereichen Elektromobilität, PV, Ökoenergien, Marketing, Forschung und Veranstaltungen aktiv. Unser Team ist dadurch gewachsen. Zehn neue Kolleginnen und Kollegen arbeiten gemeinsam mit unseren Mitgliedsstadtwerken an den aktuellen Herausforderungen der Energiewirtschaft. Abschließend möchte ich allen Stadtwerkerinnen und Stadtwerkern danken, die durch ihren Einsatz und ihre Aktivitäten dazu beigetragen haben, dass unser Netzwerk so erfolgreich ist. Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit 2025 und darüber hinaus. Weihnachtliche Grüße aus Köln vom gesamten ASF-Team. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest. Genießt die Ruhe und genießt das leckere Essen. Ich freue mich auf spannende Veranstaltungen mit euch im nächsten Jahr und wünsche euch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Kommt gut ins neue Jahr und auch im nächsten Jahr freue ich mich mit euch zusammenzuarbeiten. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein nachhaltiges Jahr 2025. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen einen erfolgreichen Start ins Jahr 2025. Frohe Feiertage und wir freuen uns aufs kommende Jahr mit euch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und insbesondere auch Entschleunigungen in diesen hektischen Zeiten und dass sie viel Kraft tanken können zusammen mit ihren Liebsten. Wer hätte gedacht vor zwölf Monaten noch, dass das ja mal wieder so abgefahren und interessant wird. Ich bin aber auf jeden Fall froh, diese letzten zwölf Monate mit ganz, ganz, ganz vielen interessanten, kreativen, teilweise verrückten, abgefahrenen und auf jeden Fall für ihre Arbeit brennenden Leuten verbracht zu haben. Und ja, ich bleibe dabei. Lasst euch auch von wirklich keinem was anderes einreden. Auch wenn manche das anders sehen, Stadtwerke rocken. Danke für die gute Zusammenarbeit. Und ja, ich bleibe dabei.